Hallo mein Lieben von YouTube und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Outworld Munch's Odyssey Wir sind hier jetzt mal in diesem Level, was sagen wir... Fluorids, Tanks, Stehengeweben... Da sind wir kurz zu einer gestorben und dann noch ein bisschen Lieblings... Also die Aufnahme einfach so was... Stittweinig doch nicht... Nein... Und, deswegen ja... Müssten wir jetzt die hier mal, wait... Nein, nein... Nein, nein... Die sind ja was... Das sind alle, die sind ja... Achso! Ne, das ist Pause. Achso, boah, Space. Space. Vor allem immer wieder diese Soundwinds zu führen. Als ob da eine große Premiere wäre. Achso, er ist sicher Teil des Levels. Ach, da sind ja... Achso, hier den Brunnen habe ich letztes Mal verpasst. Oder was? Ne, das war der Brunner. Natürlich habe ich letztes Mal Rarys gehabt. No! Okay, das ist ein Trophäe. Es gibt nur Trophäe, wenn man in diesem Level... Alle Minen vermeidet. Ja. Und ein kleines Update zu meiner Minecraft Hardcore. Weil... Ich bin gestorben. An einem fucking Creeper. Nur weil ich verdammte Spinnenweben für Kerzen sammeln wollte. Weil ich habe hier Wienwerks gehabt. Ich habe ein bisschen offline gefahren. Ich habe ein bisschen offline gefahren. Ich habe den Creeper noch mal gehört, aber... Ich habe mich irgendwie nicht schnell gerufen und dreht. Ich habe so ein Schild gehoben. Und das war's. Oh, ich dachte so... Am Anfang dachte ich so... Warte, ich habe ein volles Herzen. Und dann bin ich so... Oh shit, ich habe nur noch 4,5 Herzen. Und das war's dann. No. Der wäre so... No. So eine Dummheit geschoben. Und dann bin ich so ein... Ja, das ist ein Upstream. Also... Ja... Welche Franchi-Makes... Ich habe... Ich habe trotzdem... Warum? Ich habe so vollbracht. Deswegen mache ich Season 2 einfach schon direkt. Also... Season 2 von Minecraft Hardcore. Nur Franchi-Makes. Ich habe schon mal gemeldet. Ich habe denen jetzt gute Monsters abgeget... Ich glaube das sind... Smodet. Ist nicht so... ...bär... So... Wohl... So, da kommt 6 her. Ähm... So ist... Ja ich habe... 65... Was heißt... Oh no... Sehr... Sehr... Ich hab die Infos. Ja, die haben wir schon mal durchgelesen. Was ist los? So einfach gehts. So einfach gehts. So einfach gehts. Und ich sterbe. Und ich sterbe vor allen Dingen. So einfach gehts doch. Ich bin umruf, das geht da noch drauf. Wunderhalb? Das fand ich jetzt mal unfair. Oh Gott, kann man die Kamera nicht irgendwo einstellen? Das ist doch... Bewegung. Dass man schnell die Kamera drängen kann. Gamma, gamma, gamma. Heldigkeit. Andere... ... 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 Nein, ich will schnell, ich hab dich reingeklitscht, ich hab dich gerade so irgendwie so ein bisschen reingeklitscht in den Kegelwicht. Dann würde ich jetzt auch wieder so ein bisschen zappen. Und jetzt so. Oh nein, auf mich ist jetzt nicht einer von denen gestoppt. Okay, sind alle vier, warte mal, wie viel hab ich geholt? Deinen sind vier von diesen Monitoren. Oh Gott, alle kleben noch, Alter. Das wäre jetzt nicht gewesen. Das wäre es jetzt nämlich gewesen. Ja, ich bin noch im guten Bereich. Sieben von 13 gerettet. Jajajaja, da muss ich mir doch nicht so ein Herzgefalt machen, bevor ich nur mit 6 Minuten bin. Rettungsschleuse. Yo! Das ist alles links. Das ist alles ein... Jo, wohin zurückstartet? Nee, ja warum hier? Das ist ja... Was? Warum bring ich hier wieder an? Was hier das... Was? 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 Ich will dir noch mal zeigen, wie ich in die Mine reinspringe. Komm doch mal hoch da. Come on! Nicht in die Mine rein. Ich hab jemand da vorne rumgebetzt zu gehen, sonst springe ich einfach rüber. Och ne, ich wollte gerade sagen, wenn ich da jetzt auch hängen geblieben bin... Hängt da immer noch zwei... Oh nein, das ist drei heißen, oder? Ich dachte, ich hätte immer nur noch zwei heißen. Ähm... Wasser steckt da hinten. Ja, doch was. Jetzt ist nur der Slope... Swinger! Swinger! Jo! Okay, okay, alles klar. Ich glaub, ich sollte noch eine Feierabend machen. Ich glaub, ich hab erst gerade angefangen, schon muss ich Feierabend fahren. So, jetzt... Ich sag mal... Entschuldigung... Ach komm, ich hab das alles... Ich hab diesen... Monitor... Da hängen bleiben... Hallo! Autsch! Oh, ich muss noch kurz checken, ob ich das noch aufnehme. Ähm... Ach, komm schnell drauf. Okay, dann ist es... Oh, wie noch ein Alltag da noch mal. Ach so, okay. Nein, keiner steht mir hier weg. Keiner steht mir hier weg. Ich schlag keiner und... Es sind doch welche gesto... Es sind welche gesto... Warte, kann ich jetzt... Warte, kann ich jetzt... Warte, weil ich jetzt nicht gesprach, kann ich euch vielleicht nur mal bitten. Dass ich einfach bezweifle. Das ist doch schön. Ich geh... Ich geh mal noch mal rein. Mal gucken. Wenn das denn raus... Ich brauche nicht schon wieder... Es wird bald zurück hier... Warte, fuck... Ah, ich dachte schon mal ganz langsam... Jesus, das wird gingen... Einiges, schnell ab... Okay, nee... Es ist ein Tot... Scheiße, ich hab schon... Oh, fuck... Ich hab schon letztes Quick Save gemacht... Ich glaube, ich habe doch keinen gemacht, ja, das, ähm, obwohl, warte, ich habe es eigentlich alle gerettet, glaube ich, ja, Zef, nein, der eine, der mir anscheinend irgendwo gestorben ist oder so, ja, gut, dann mache ich Piraten, so, hier, Fluridtanks, oh, das geht nicht, ich habe jetzt nichts rausgeschnitten oder so, also, ich habe jetzt nichts bearbeitet, ich habe jetzt nichts bearbeitet, das hat man komplett weggehalten, wobei, ich glaube, auf der P-Streibes muss ich nicht, da muss ich das noch mal laden, hier gibt es jetzt ja perfekt, das hier in den Laden, einfach mal instant, ouch, ouch, noch ein größeres, ouch, Armer Mann, ich holterte hier mit den ganzen Minen und so, und, ja, so, ich holter gar nicht, Leute, ich komme nicht mehr sehen, das ist mir dann, weil das ist mir ein bisschen zu schnell, das ist mir ein bisschen zu fort unterwegs, Okay, 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 okay Nein, das ist jetzt der Klusch, die hier ist der Klusch, nein, du bist in die Milie und ich bin durch Klusch, und ach, das ist noch ein paar Korn, nein, ich schwöre, jetzt drücke ich die falsche Tasse, stimmt, oh, hier oben war ich doch nicht, hier oben war ich doch nicht, ich hab vor, ich hab die Unzucker gemacht, durch die Milie, Explosion der Miene, eigentlich war es so, ok, weißt du, ich bin schon, ok, weißt du, ich bin schon, jetzt muss ich noch mal ein bisschen umsaubern, na hier, ein Klusch, das ist so langsamer, nee, da ist es lauf, das ist das, übrigens, das endet mal mit der, mit dem Maus, Maus, geht schon, Außer, falls ihr so fragt, warum nicht, das muss ich nur wechseln, nein, es ist kein Spam, ich, da muss man einfach nur den Maus, Wheel, Maus, Maus, Halt, Halt, Nerono, oder nicht, diesbezüglich nach oben, ok, Gott wissen, wäre der hier am Land viel langsamer als im Wasser, und deshalb, wenn ich kurz mal das hier einstellen kann, dass er besser schneller ist, als er eigentlich sein sollte. Oh nein! Oh nein! Aber kann ich selben noch alle drei? Aber kann ich selben noch alle drei? Oh, Alter! Warum kommt nicht so eine Scheiße hier? Nein, Spaß, es ist... ...Phase, sonst ihre Probleme. Ja, komm, ...ist er weiß man, ...ist ziemlich fast ein... ...wenn ich na's oder keine Scheiße hier rein muss, vorkommen muss... ...wesst, deswegen ist es weg, weil ich muss ja wahrscheinlich auf das mit Busch Lampding sterbe, wenn ich sterbe und das sind hier noch alles Zeug die Slows Slows, Slows, Slows immer so viele Slows hier Ach, denke ich schon Soll ich sie immer bitte nicht und nochmals Das ist komisch, das ist Aktion auch Gleichzeitig zurück gesprungt hast du ja Nein warum Was soll die da hängen jetzt? Äh, war das das Elphi hier? Hat da noch einer? Ja, das ist ein Elphi Ok Jetzt müssen wir traust im Spiel rein Obwohl ich das nicht dran das können wir auch reinlegen Oh Wow Langsam Langsam Ok, ja Langsam Ich darf es sehen, könnte Okay Hä? Komm Das sind die Bingo Langsam Das ist doch noch eine Wand Das ist Das ist immer wirklich Langsam Ja Das ist doch komisch Ich glaube Hilsen sind ja erst gestorben Kann ich jetzt das so machen, dass ich vielleicht erstmal reinanlocke? Ich bin tot Ich bin tot Aber wenigstens habe ich zwei schon mal gedacht, dass sie nicht alle in den Punkt Ich bin tot Ja, das weiß ich Das sehe ich Dass du tot bist Und manch Du bist Ich glaube Aber ich sehe schon tot Dass du tot bist Weil du durch die Ränder gestorben bist Und dass er nicht Nein Oh nein Ich springe weg Ach du hast mir schon mal den Flughafen So ist es Ich verstehe mich bugger lang nein ok schon mal und eben das ist nicht so schlimm ok nein 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 das Ding ist genau durch das Ding da durch Oh nooo! Ja komm nochmal! Was hab ich das? Es gelöst doch nicht von hier vorne! Hallo? Ah, ein Rito über die Wand! Ok, das weiß grad nicht extra! Das weiß grad aus Versehen, dass ich gegen die Mine MINE gelandet bin, alter! Wir sind nicht! Jesus Christ! Alter, steh ich mich grad so dumm an, oder? Bin ich jetzt ganz so dumm, bis ich hier nicht durchkomme? Langsam, halt los! Ach so, wann doch was? Langsam flieh dich für die Nerven! In diesem Level! Oh, oh, oh! So schnell! Wow! So! Jetzt mach ich mal wieder auf langsam! Ich geh mal in den Brunnen, bevor ich das... Ich geh mal in den Brunnen, bevor ich das vergesse... So! Sonst komplette ich dann aber nicht hoch! Alles einsammeln! Vielleicht sich einsammeln! So, jetzt muss ich das... Ich komm schon am besten rum! Aber wir müssen keine Mine! Boi! Kleiner, kleiner, kleiner! Oh nein! Oh nein! Jo! Das ist weg nach oben! Das weg nach oben! Oh shit! Bitte nicht alle anlocken! Nein! Jesus Christ! Ja toll! Das ist weg nach oben! Okay, jetzt mach ich mal hier noch mal! So! Ich muss gleich eine schnell-speichern rum! Oh, ich habe noch einen ganz schnell-speichern! Hm? Das ist nicht so gut! Buffalo! Hehehe! No! 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 da ist ja keiner gestorben, ab wie flach ich jetzt 3, 6 für den monitor abends 6, ok ich hab's aber 6 wir schauen's doch alle 6 ja ich glaub letztens mal sind die mir hier gestorben also jetzt hab ich was gesammt, warte mal wieviel 13, 13 von 13 ich hab's alle, ok, ich hab's alle gerettet ah halleluja erstmal gleich quicksafe noch machen ja grad beim rübersprung und jetzt den level noch ein oh herrlich ausgang ich glaub jetzt das ist ja auch aber so schon los jetzt hab ich jetzt mal wieder langsam er hat schon vielleicht den level verändert da bin ich schon mal lange lange ouch ouch ok da merkt man ich verliere langsam wirklich den level und dabei habe ich so schön die Aufnahme gestartet und jetzt bin ich leider bei mir nervenfluss ich würde fast gerne nerven ne ne oh mein god das geht doch ne äh jetzt hab ich nicht ansonsten ich bin schon mal joh wow das sieht mir ein bisschen viel aus ne 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 Das habe ich noch so. Spaß mit Marc. Wenn man sich intern vorbeikommen will, muss er sich einen ordentlichen Energydrink geben. Einfach beim Strache noch Kaffee rausholen. Expresso! Steht das sogar an der Maschine dran. Der Expresso nimmt dann die Beine in die Hand. Das ist eigentlich ein Expresso. Steht das sogar auf der Maschine. Aber ich habe sie alle geratet. Neuen Gegner habe ich getötet. Da kann ich jetzt, dass dieser Ansicht wieder... Achso! Ich muss kurz sagen, jetzt bleibe ich wieder hin, oder? So hier mache ich mal gerade einen Quick Save. Klar. Quick Save. Ich bin gespeichert. Ich bin gespeichert. Ich bin gespeichert. Eigentlich ist das so schön. Ich bin gespeichert. Ich bin gespeichert. Ich bin gespeichert. Ich bin gespeichert. Jesus Christ. Alter! Boah! Das war schon ein bisschen krass. Der wird geraten. Ich gehe mal schlafen. Wo, wo? Wo? Weil die direkt neben mir in die Minen runden. Und ich dann weg mit in die Luft jagen. So, fack. Ist das okay dahinten noch? Okay. Ah, der Geist noch ab, raus! Äh, Alter! Ich bin nicht mehr da! Ja, ich sehe der Part ist schon richtig überzogen. Der Part ist schon richtig überzogen. Der Part ist schon richtig überzogen.